willkommen zurück auf pandora ja habe ich dich überrascht nicht gesagt dazu sondern verwirrt wirken okay so alter ego ich hätte das wissen müssen dass wir sie damit nur wütender und ehrgeiziger machen da trifft es sich gut dass ich informationen besitze die diesen scharlatan das handwerk liegen gern schnitzel jagt shotgun großartig hier ist eine schott kann sie ist so gut wie neu der zielgenauigkeit 6,7 versteckt das tagebuch was kann man sie ist klar das kennen wir ja schon das ist jetzt immer ich weiß mir die schott kann hin wieso bekommst du nur alle waffen ich hab ja schon meine gegner ok das regierende bekommen ich habe nur ich habe nur eine blaue bekommen blau mit explosion schaden kabel ach so traf hätte deswegen einmal da runter dann da dann ist das entbiert und das kabel da dass da hinten das wieder hier unten drunter und dann ist das irgendwie noch mal verwurte als vorher 35 x 9 32 x 8 26 mal wird sie wieder zurück wird sie die wieder zurück haben oder okay ich verkaufe deswegen hier ist ein punkt auf das fahrzeug terminal mit dem auto dreht sich das im geben was ich drauf habe einfach nach hinten das ist das mein volk jetzt hierhin ja und gehen stück dahin das ist eben stimmt der punkt wurde bei mir passiert nichts das liegt wie in dem zeug hinter mir also wieder nach hinten dreht ah ja hier zack es hätte wenn du das was hinter dir anvisiert aufgabe abgeben stimmt der helfen könnten wir kommen gehen das kommt wie immer zu crazy da waren wir schlagen nicht mehr ein auto geschrottet unglaublich das ist das das machst du selber nein niemals doch nein doch nein ich muss meine haare mal wieder nachher genau wenn sie wo bist du ich dachte doch ding macht seinen mund auf aber nö man die gegner sind voll schwer geben 1xp 1xp krass danke fürs durchlassen er braucht was zu essen wieder einen wilden blick in den augen schnappt sich die dosen mit futter er schafft dass eine dame zu öfter nimmt einen löffel und beginnt den keinen inhalt zu verschlingen auf sicherheit bereits vergessen dass du hier bist schuldig ich wollte es nicht so ewig vorlesen aber mehr hat er nicht was willst du ich will ein kind von dir was willst du sag doch mal was anderes okay oh was willst du was willst du leider dass du immer dass du immer stehen bleiben musst immer ja das war mal so ich habe genug ok tat 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 ich glaube du hast doch den tag da oder dass du schneller laufen kannst nicht dass ich wüsste ah you're having ich bin sowieso schneller als du da ja wenn du dein facebook machst was doch kommt schon sehr offen sehr offen sein hat oft er hat er geöffnet ich weiß nicht was dir was die voraussetzung das ist aber jetzt schon offen ich habe mir gewissen punkt ist der dauerung ach du heilige scheiße die ganze statistik auch noch wie viel hat die extra ok verkauft ja was ich hab ja ist klar hätte der sniper alter das ist eine richtige war 50 kaliber die mündung dieses grote sieht so geil aus bei hielpail period in dem teil warum haben diesen zwei teil geändert da sieht die erste aus der komik hatte drehen dann weg mit ihr mittel auf platz wird nur wer kratzt die kurve du hast minister chance getroffen sind brett wieder zu laufen gebracht zu bringen was das denn nicht eine gute nachricht bei gelegenheit welch mal wie vorbeischauen ok hat 25 schluss aber das haben wir zum schluss wird die elefante auch gehabt scheiß drauf ja muss er eben auch kurz vor die küsten ja auch für spaß ich will noch ich will noch die christie abgeben auch das jetzt ist die partie getreten hat die namen brühe angenommen und seine eigenen vater gemordet dann hast du jet getötet das ist ja schlimmer als sie gedacht habe hatte wird schlecht glaube ich hier ist seine bezahlung mit ein bisschen trinkgeld weil du weit mehr gemacht hast als ich erwartet habe ich schätze es alles was ich schätze es ist alles zum besten aber bitte kontaktiere mich nie wieder du hast mich doch kontaktiert okay 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 merke ich mir so wie öfter die gestern wir sehen uns dann in ross kann man es erst wieder bis gleich dann sind wir jetzt auch bei tennis angekommen deswegen habe ich es gesagt bei miss tennis mit den vielen augen das nächste fragment dieses artefakt passt per exakt zu dem stück das du mir vorher gemacht hast sie sind wie puzzleteile ich habe andere ideale ich hatte fakte gesehen die genauso funktioniert haben ja diese alien standen scheinbar auf puzzles sobald alle teile gesetzt sind wird das objekt aktiviert du solltest weitere teile finden damit wir sie zusammensetzen können zusammen jenna ist auch ein geheimnis treffend ich erkenne schwulen eridianische artefakt aktivitäten draußen an der trash cost dort müssen wir das nicht dort müssen wir als nächstes sind du musst die zugbrücken überqueren und zunächst mit dem körper zu sprechen dies hat die bereits die nötigen empfehlung ausgerechnet wer könnte diese vorgehensweise in frage stellen aber ich habe ein treff mit dem bandit namens taylor copp arrangiert die berichten von janis von kontrollieren den zugang zu trash cost er meinte jedoch er könnte uns hineinsprügeln was redet ihr so viel ja wir sollten uns wieder sprechen warte was hat das alles drüben okay dann stöhne ja tita ach der ist auch schon geöffnet weiße raketen aber so jetzt gucke ich mir mal dass den wasserfall an ja auch wenn hier unten geht das will du oben überall überall oberhalb des wasserfalls guckst dann weg tatsächlich als wäre es wäre so ein punkt ab dem musst du muss gerendet werden ab dem nicht das rennen ja denn das von geheimnis treffen ok ist mietung geht machen wo es mietung geht könnten wir jetzt schon machen wir sind teleportieren müssen wir zum autorjahrt ich bin zum auto ja teleportiert hat die fahrzeugstation genommen habe ich zum fahrersitz teleportiert und bin wieder hergelandet ich hatte das mg ach so sorry ich stehe oben drauf bei mir ja es ist ok also bitte hatte der säure schritt gehabt ich hab's mal in dieser geraden wird ja gut natürlich lustig entschuldigung ja ich habe doch nichts dagegen was auch lustig das gibt es aber nein sie dieses gesicht aus dass wir das lügen sagt mich ja das ist unser kumpel hier irgendwo nicht okay kreis das gemütztes meet and greet du glaubst du kannst hier in arena behaupten du kannst mich jederzeit aufsuchen wenn du dich in den nahkampf stürzen möchtest um dir einen namen zu machen nun den kampf nicht nacken geht auch nicht liefere eine gute show dann hältst du eine anständige belohnung super kreis das gemütztes und 1 du musst nur überleben denn meine begleiter müssen sich nur ein stück gereist du musst nur überleben meine begleiter müssen sich ein stück reisen wir sehen uns in einem stück oder mehreren ja gut ich denke mal einem stück der wei wie sport und könntet jetzt bin ich das eben bisschen doof aber warum können wir ein einziger eigentlich als einziges sport und die andere nicht weil wir gelder haben also die zielgenauigkeit verlaufen ist okay der bringt selber auch okay kritischer manche am liebsten die kommen aber da alles klar ich so eine axt von der psychopat nach die geworfen wo angeht dass du den schuss gerade gefangen hast bitte schön ich treffe nicht hilfe ich schieß den auf den kopf ich brauche deine hilfe schnell ja du stehst gerade vor du wärst auch umgefallen wir beide werden an diesen tricks kinder aber wir reden also bin ich dir was schuldig erziele 1 32 kannst du nicht genug bekommen dieses mal werde ich sie mit dem stock anstarten bevor ich sie raus lasse dann gehen sie auf den erstbesten los den system bekommen es würde mir wirklich leidtun wenn du das wärst und wenn du bist das ja gut das schild besser als das was ich jetzt habe ich habe ganz eine lebensregion von daher als habe ich das auch verkauft und im endeffekt habe ich hier 666 war da besagt hat gute und 512 auf 666 guter schuss du reist natürlich genau vor die leider ist das schnell geil schläger massen ich fühl sie mal gut alle an munition nachladen man dich wo er wurde hier geduldet was von dem raketenwerfer vielleicht nein ich kann nicht aufstehen weil ich kenne ging das ja nicht wie haben die geschahen gemacht weil ich durch die reifen geschossen keine ahnung da muss der namen raus sehr schön ich habe keine munition mehr nein hier liegt unmenge an munition rum für dich ich habe gerade ich habe ihn gerade gestattet ja gut ich will noch eine team regeneration rein hier liegt so viel munition rum wenn er die genate werft so bitteschön danke er benutze ich nicht warte mal stellen wir uns wird kommen ja kommen wir hier sind aber noch ist noch ein bisschen schneller oh ja da kann ich glaube durch wechselt ja gut hübsches geschützter hübsches geschützter hübsches geschützter wahrscheinlich gehen wir jetzt haben also ich bin gleich voller munition wieder ich nicht mal ansatzweise mit sng munition ja es ist einfach so ewig viel ist so tausend nächstes mal werde ich den stock im brand setzen bevor ich sie damit anschlachte anschlachte und ich muss noch etwas nach etwas besseren ausschalten wenn sie mit einem v-linz evidiert nicht fertig werden erst okay gleich das gewinnt zuletzt ohne das war es dieses mal hast du überlebt dafür sollte ich dir respekt zollen aber ich wette gegen dich denn ich weiß was sie bevorsteht und das wird ziemlich unschön das ist level ab das wird jetzt richtig haben alles das ist jetzt für level 28 20 auch diese ich hast diese verarschung ne oh level 30 geht weiter aber der schockschaden oh gott oh gott hilfe äh ähm ja cool ach komm schon ich treffe den danke ich muss mich verstecken ich muss mich verstecken ach ach ok der erste knallharte schläger ist down level 30 ok die anderen habe ich schon für den dann habe ich schon fertig gemacht ich habe ich auch noch hin na was oh ne ach bist gestorben ja ah bist du bist zu oft hintereinander gestorben oder was naja ich stehe ja die ganze Zeit vor dem Typen und versucht dann hast du getötet alles oder haben wir geschlagen wie die haben wir geschlagen die dies von dann so würde ich davon aus direkt totes ja mit einer total komplett totes so knallharte schläger's down dann kümmere ich mich um die plane und du die großen wussten ja noch muss ja noch große ok dann ist es worden nur das was er überlebt hat also sport nicht mehr als vorher also von der welle über die erste welle zum beispiel zwei getötet haben dann wow danke dass du den getötet hast allerdings von dir ja 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 seht schon leider laut ok das ist ja hier noch angenehm ist ja dann geldig ja ich muss nach genug rankommen so was kommt jetzt erst munition aufsammeln noch mehr ja leider wird er 1 2 ok aber aber dann auch noch shotgun nice wir müssen nicht so besonders gut zu ja easy ja was ich mir jetzt ausgerüstet bist du doof ja wenn man lang ist manchmal doof wenn man zu lange e dann drückt scheiß Raketenver oh ne margot statue so dann ja beat und greed auch fertig ich glaub mehr gab's dann aber auch nicht oder ich freu mich schon auf DLCs dann bei war 2 ja ich hab dich unterschätzt fremder deine art gefällt mir verdammt du kannst nicht weiter kämpfen du verschmeißen du verschleißt bei den begleiter zu schnell hier ist ein gewinn man sieht sich ich möchte ich würde deine waffe haben hä wie du möchtest meine waffe haben das was du bekommen hast gerade das ist eine assault rifle also ich hab noch assault rifle bekommen okay ich hab nur das mg bekommen ja gut ja macht 255 schaden nur aber die welt brennt die welt brennt ist das die hellfeuer ja ja das ist dies so geil so gut wir brauchen kein was gut dann geht's mit jane stone in der nächsten folge weiter bis dahin ciao 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 Bis zum nächsten Mal.